Ihr habt es euch mal wieder gewünscht, es ist ja auch schon wieder etwas her, alle Transaktionen aus dem Monat September. Los ging es mit den Dividenden vom MSCI World, dazu mache ich euch nochmal ein separates Video, also jetzt folgen für mehr und dann die ganzen einzelnen Käufe. Angefangen auch hier die ETFs, MSCI World, S&P 500, die anderen kommen noch oben und die einzelnen Aktien, Deutsche Post, British Bank, Tobacco, Siemens, Shell, alles Cashflow-Titel, das ist ja auch so der gesamte Sinn und Zweck von dem Portfolio und hier, ihr seht auch im Hintergrund, die Sparsummen sind ein bisschen angepasst, dass wir hier schon einen Fokus auf den ETFs haben. Gleich kommen oben noch die Kryptowerte, Bitcoin ist hier oben dabei, auch hier 10% der Sparsumme und dann ging es eigentlich schon los mit den Dividenden. Wie gesagt, dazu mache ich hier nochmal ein separates Video, alles was es im September gab und wenn du es mir passen willst, dann gerne den Kanal abonnieren und klick dich auch mal auf die Community-Page, denn dort findest du jetzt bis zum 4.10. noch eine super Aktion bei FinanznetZero, unserem Broker vom Community-Depot.